Servus, liebe Altacher. Ich möchte euch auf dem Weg für das sehr, sehr wichtige Spiel am Samstag alles Gute wünschen. Wir wollen siegen 3-0. Auf geht's, liebe Altacher. Jetzt doch mal zum Schluss Gas geben, kämpfen, Punkte holen und den Klassenerhalt schaffen. Ich möchte auf keinen Fall nächste Saison nach Altacher fahren müssen mit der Vienna und deswegen gibt's Gas. Einfach das, was du einhaust, das kriegst du dann auch irgendwann zurück und von dem bin ich überzeugt. Jetzt gibt's nur ein gemeinsames Ziel und das ist der Klassenerhalt. Auf geht Altacher. Ich bin der Pflicht der Mache. Wie hast du schön? Aufgeben, wieder Brief und ich bin auf einmal überzeugt, dass ihr das noch überschaffen könnt. Wirklich, es ist sehr, sehr wichtig, dass alle zusammenstehen. Glaubt an euch selbst. Habt eine innere Überzeugung. Nehmt die Fans mit. Gemma ist der Altach. Wir haben noch 3 Spiele, egal wie wir müssen in der 1. Liga bleiben. Wir alle wissen, Vorarlberg muss in der Bundesliga bleiben. Ja, nur gemeinsam, dass man da wieder rauskommen kann. Und wenn wir über ein Stadion kommen und die Jungs die Daumen drücken, dann machen wir das alle gemeinsam. Also ich stehe auf jeden Fall hinter euch, genauso wie alle Fans. Und ganz besonders für das nächste Spiel gegen SVP, was essentiell wichtig ist, da müsst ihr 110% geben. Ausgezahlt, einfach kämpfen uns gegen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg. Bis bald, euer EG. Alles Gute, euer Neubert. Auf alle Fälle sind meine Daumen gedrückt. Viele Grüße aus Hohenems, euer Harry Unterdorf. Viel Glück. Und ich weiß genau, dass ihr das schocken werdet. Hurra, 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 ah, 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 ah.